Mit ihrer Klage vor dem FG Köln scheiterte eine Mutter, deren Tochter an Dyskalkulie litt. Bei der Krankheit ist das arithmetische Denken beeinträchtigt. Die Betroffenen können selbst einfachste Rechenaufgaben nicht lösen. Mit Mühe und Not hatte das Kind den Realschulabschluss geschafft, allerdings ohne eine Note in Mathematik. Bei einer Berufsberatung stufte der Berater das Mädchen daher als schwer vermittelbar ein. Er riet zu einer Ausbildung als Lokopädin. Die Klägerin meldete ihre Tochter daraufhin an einer Schule für Lokopädie an. Dafür fielen in einem Jahr rund 7000 Euro Schulgeld an. Diesen Betrag wollte die Klägerin als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen. Dyskalkulie sei wie Legasthenie als geistige Behinderung einzustufen, erklärte sie. Die Ausbildung ihrer Tochter in der Lokopädie-Schule stelle eine Therapie dar. Daher müssten die Aufwendungen als Krankheitskosten anerkannt werden. Doch das FG Köln war anderer Auffassung. Denn das Mädchen besuchte eine gewöhnliche Lokopädie-Schule. Diese war weder speziell auf Behinderte noch auf Dyskalkuliekranke zugeschnitten. Dass die Schule das Mädchen ohne Mathe-Note im Abschlusszeugnis aufnahm, reichte nicht aus, um in der Ausbildung eine Heilbehandlung zu sehen. Es war laut FG also richtig, dass das Finanzamt die Anerkennung der Aufwendungen abgelehnt hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017